so sollte bei mir jetzt hoffentlich geklappt haben ja okay soll ich dich noch irgendwie schnell bei Twilight irgendwie reinpacken in Discord oder so ja warum nicht? Uploads Keine Ahnung Keine Ahnung, sag einfach So, sollen wir erstmal mit Intermediate, Professional, womit starten wir? Ja, also ich war schon mal mit der Steuerung überfordert Okay, dann starten wir auf Intermediate Ja, ich wusste gar nicht mehr, wie ich eine Vaskula wegwerfe Perfekt So, eine Sekunde eben noch Also, ich muss mich erstmal daran erinnern, dass ich immer auf Reden drücken muss Also, äh, Intermediate Wir machen aber, äh, hier das Halloween-Dings, ne? Also, die, die Maps, die so leuchten, dass wir da Fotos und so machen Ja, ja, ja Ja, das wird schon einfach gucken Äh, ready up habe ich schon, so Let's go Ah War nach einer Mieskunde direkt eingeladen Ja, das geht teils erstaunlicherweise schnell Wenn du ein bisschen durch Hausläuft, dann, äh, siehst du Da können wir eigentlich mal gucken, komm mal mit Da ist zum Beispiel so ein Ding Also hier, ich hab so das Gefühl, dass Sponsor immer vier pro Haus oder so Hab keine Ahnung, wie viele eigentlich Äh, musst du ein Foto von machen Gibt erstmal, wir haben Foto halt für Punkte Und, äh, gibt so Punkte fürs Event Und, äh, gibt so Punkte fürs Event Okay Und, hallo Twilight So, ne ich das an Hab ich jetzt nen Thermometer mitgenommen? Ja, hab ich, gut Da wird noch so ein komisches Sintergarage gefunden Ja, dann müssen wir gleich Fotos da machen Ich würde sagen, wenn wir wissen, wo der Geist ist oder so Ist eigentlich nicht wirklich so wichtig, diese Dinger zu fotografieren Ich war erstmal den Geist finden, ne Hier ist auch nix Ja, den habe ich jetzt schon zweimal hier gehabt Mal hier Mal hier Ich war bisher immer sehr, sehr lucky mit den Positionen, aber Also in der Küche war wohl einmal neun Grad Dann wird's höchstwahrscheinlich Küche sein Auch wenn die Küche, ja Ist aber eigentlich ein guter Ort Ja, da ist der Ausgang Ja, dann ist das hier, weil der Durchschnitt ist eigentlich relativ Höher als das eigentlich Äh Ist aber wieder wärmer Ja Ja, ich guck mal nochmal hier hinten Na, ist Küche Geh nicht irgendwas anderes Äh, Licht ist hier Erstmal Equipment holen Oder hast du die Box dabei, dann kannst du reden Ich hab die Box dabei Wie immer Wie immer Also unsere Sanity ist derzeit nicht allzu gut, aber Geht noch ein bisschen Ich mach mal die Großes mit Äh, mit Ah, die Dobs auch So, mal schauen Gut Eins hier Eins hier Äh, welche Tasse war nochmal Journalist? V, äh, nicht V, Vs reden Äh, Jops Aber lass erstmal raus wegen Sanity Das glaub ich ein bisschen besser Ein bisschen safer So Äh Äh, Spiritbox Du mit deiner Lampe, ey Ja, weil das Licht rot ist Nee Doch Boah, Max, ich bin famos, ich hab zwei Zuschauer Nice Erstmal gucken, was wir überhaupt mitnehmen Ich glaub, Salz wär gut Nimm mal Juri mit Ja, was haben wir denn überhaupt für Tasks? Äh, Highlights Kann ich machen Das Buch? Äh, das Buch haben wir schon eins platziert Ich weiß nicht, ob wir noch eins brauchen Okay Aber ehrlich, mal gucken, ob das mit dem... Bei mir ist so ein bisschen länger, mal gucken, ob es noch besser wird Ich weiß halt nicht, wie das stream läuft So Erstmal irgendwo ein bisschen Salz platzieren Mal gucken, ob er reinläuft Nice, schreibe ins Buch So So Äh, ich guck mal Okay, erst durchs Salz gelaufen Mal gucken Äh, ich schau... Äh, ich schau mal mit, äh... Hier mit Kameras Event Ist kein... keine Jagd Ich mach keine Lampe kaputt, komm mal Mach die Lampe kaputt Mach die Lampe kaputt... Ja, okay Das ist confirmd Das ist confirmd Okay Der ist da grad durchgekrabbelt Dort, äh, Phantom Rave, kannst du schon mal streichen? Ist durchs Salz gelaufen? Kein Rave Dio, Yokai, Phantom Ich kann eigentlich mal gucken, was für Evidence wir nicht kriegen können Ehemerschaus Okay Ein Freezing Und Orbs Kann ich erstmal gucken Jetzt kann auf jeden Fall keine Gefrierttemperatur mehr sein, oder? Äh, ja, hab schon geguckt Das sind, äh, Orbs Habe ich gesehen Ja, dann brauchst du noch die Schlüssel, warte Unser Schlüssel kommst du nicht machen Ich seh ja hier nix Ich seh ja hier nix Ich seh ja hier nix Schlüssel sind eingesammelt Danke schön So, wir brauchen Hm, Autoapparat So Komm mal zurück Ein paar Pilz schlucken, oder möchten wir auch 25 Average Also es wäre schön, würde ich jetzt nicht noch mal sterben Von der Kamera so Ich mach erstmal Salzfotos Was war das nochmal mit Yokai? Ach ja, ja mit Yokai müssen wir halt nur nicht neben dem Geist reden, wär besser Oh, ich hab Orbs gesehen Oh, ich hab Orbs gesehen Oh, das sind nur irgendwelche Partikel-Effekte, das kann auch sein Oh no shit, das Callout mit Orbs hab ich gerade auch schon gemacht Dann sag das so vorher, dann haben wir das doch Ich hab's ja vorher gesagt Erstmal Fotos von hier, von den Stattungen machen Oh ja, okay, die scheinen tatsächlich einfach feste Punkte zu haben Weil die beiden Äh, die beiden Orbs gab's letztes Mal auch schon Was hat der umgeworfen? Sala doch Wo gab's hier jetzt noch einen? Irgendwo hin Aber ich glaub hier gibt's noch einen Ey, ich sammle hier gerade diese Ortdinger Oh Ortdinger Ja siehste, sind weg, weil ich sie fotografiere Hier sind noch irgendeinen Was ich meine auf dieser Map mit 4, aber ich weiß es nicht Wie sieht's mit Fotos aus? Noch ein Stück Salz So Mach noch ein paar Salz und dann können wir Soll aber mal durch das eine durchlaufen Soll aber mal durch das eine durchlaufen Gernett Ja Vielleicht find die Platte, die er gebrauchen hat Äh, Platte Äh Ah, die heißt Stella Hier ist eine Tasse, ne? Nein, die war's nicht Schade Einmal so Bitte einmal kurz ins Buch gehen Und bei diesem Foto mit der Tasse Einmal auf, äh, das Auf das löschen drücken Dankeschön Das kann man jetzt machen Muss man verwoten Eigentlich ein schönes Feature Ja Eigentlich irgendwann mal das Firelight ausgeblasen Ja Kann man die schön anbauen So Vielleicht mach das ja nochmal Dann hab ich noch ein Foto Äh, Regiteur, Regiteur Also hier ist das scheiße Ding immer Ich lass das Ich muss noch mit Sanity gucken Hier Sanity Sollte noch passen Oh, lass die Kerze aus Ob oder Salz, nehm ich auch So Wir machen jetzt nicht irgendwie Perfect Game oder so Einfach erstmal wieder reinkommen Haben jetzt eigentlich alles Wir können gehen So, Yokai umkreist Yes Ab dafür Jetzt gibt's Geld Nein, ich hab meine Schüsse dir da gelassen Echt gehabt Ah So, Yokai So, Yokai Easy Warum nur so wenig Geld? Warum nur so 700 Euro? Was heißt so wenig? Sind 700 Euro? Ja, nur Schlammedia Ey, mein Gott, ey Geldsüchtig Nee, ich hab da nur so wenig Ich hab da nur Ich hab da nur 25.000 Euro Nur so Mein Gott Mein Gott Mein Gott Ich bin bei 17,9 Ich kauf dir die ganzen Die ganzen Quatsch Und du meckerst, dass du kein Geld hast Sei immer leise Wir springen jetzt auf Professional Das dauert noch Das dauert noch Was heißt hau nicht ab? Ich guck mir hier das Ding an Dauert noch ein Stück Nee Was heißt hier nee? Nee Doch Nächste Map Wir gehen in Edgefield Edgefield Ab dafür Erstmal gucken, wo der Breaker ist Unten ist das, ja? Unten Notheal Ist ja das Licht da Ich vergesse die ganze Zeit Wie sich diese Türen Wie rum sich diese Türen öffnen So Kommen wir da Ich meine das war einst andersrum Das hat sich jetzt glaub ich geändert Rackers an Okay Okay Erstmal wieder Temperatur gucken Ich bezweifle, dass es hier unten im Keller ist Ah, derzeit überall Ja, ich glaub das ist wieder so ein Durchschnitt 16 Ist zwar aber auch mal anders Die meiste Zeit hatte ich 20 oder so Hast du eine Tür geschlossen? Ich hab's ja aufgemacht Ach hier hinten, ja Guckst dir die Augen an Schön hier, ne? Oh Gott Ja, so ein bisschen was Ja, so ein bisschen was Ist aber vielleicht oben Ich guck Garage Du gehst mal hoch Ei, ei Ach, wenn da oben ist Dann ist das so ein Dreck Scheint oben Scheint oben zu sein Wie kalt? Ja Ja, das wird's sein Oh, ich red mit dem Hab dafür Ich hol schon mal Kamera und mach ein paar Fotos Äh, meine sanity sieht schrecklich aus Was hab ich gemacht, dass hier so los ist? Ah, Durchschnitt Das ist schon ein bisschen niedrig Dafür, dass hier jetzt gleich nochmal in Dunkeln rumlaufen wird Ach komm, für den Start Einmal So Thermometer kann ich weglassen Ich braue ich gar nicht mehr Nehm ich ein Tuch Kann ich gleich oben hinsetzen Irgendwas Irgendwas? Ach doch, die Position ändert sich Weil ich hatte hier mal in der Garage glaube ich aus Da hinten war keins Das scheint mir nicht zu antworten Ja Und ich gehe jetzt etwas schnabodieren Ok, guten Hunger Ja Ja Danke, das stimmt Ich habe so lange in den Land Ja Für den einen Viewer der noch da ist Hat er Hat er Hat er Hat er Wow Aggressiv heute Boah, hier sind ja viele Orts Also hier oben Ich hatte letztens gar keinen Da hinten Hier noch irgendwo einer Das ist aber echt So hunderte Ich glaube das reicht auch erstmal Dann gehe ich raus und den Geist finden Und Finde ich noch ein schnelles Ende Mal Lichter machen Staschenlampe da hin Immerhin habe ich jetzt festen Sanity Durchschnitt Auch wenn er nicht gerade so hoch ist Also geht mir das Kamera kann ich auch mal gucken Doch nicht mit dem Licht an Das passt nicht Juri So, passt sogar alles in meinem Winter Hätte ich nicht gedacht So, kurze Fix Keine Fingerabdrücke derzeit Und dann aber so Licht aus Und erstmal ab an die Kamera So ist es halt leider mal Dann fresse ich auch nicht so viel von meiner Sanity So, so bisher hatten wir nichts Ich meine Box ist es dann nicht Kann man streichen Gewee gab es noch keine Zeit Der Rest muss man so gucken Prüfe aber glaube ich auch nochmal den Raum Ich bin mir nicht sicher, dass es da oben ist Eher gesagt noch da oben ist Ja Da Mal gucken Ne, hat sich perfekt Oder? Ist halt viel zu warm dieser Raum Oh, Twins Möglicherweise Twins Die sich in zwei Räume aufteilen Also ich meine zumindest, dass es so ist Dass wenn es Twins sind Dann müsste ich aber glaube ich nochmal Aus Sanity wollen Dass die sich in zwei Räume aufteilen können Und beide etwas kennenlernen Da sind Weil ich glaube es gibt einen Main Trimmt mir das Board hierzu So halb Muss aber nochmal filmen Ich habe ja schließlich keinen Maid der Sanity guckt So Wo ist dieser Geist? Hier Ist schön am Eingang Aber ich glaube In Heidingspots war es dann wohl halt Ach ja und das Der Pick-up-Sound von den Büchern ist derzeit broken glaube ich Hat sich nicht so an, als sollte es so sein Da kann ich eigentlich die Taschen einfach wieder hin Brauche ich ja nicht Ähm, mhm So Crucifix Mal drauf da und gucke mein Simpant nicht auf der Heizung Achso Mal Licht aus und dann gucke ich jetzt nochmal durch die Kamera Vielleicht sehe ich ja was Schönes Ich dachte das wäre ein Orbs, aber nein Das ist hier das Ding Es ist so hell Man sieht ja nichts Ich schätze mal, also es ist der Raum, weil er so viel kälter ist Ich glaube Orbs sind es nicht Zeichen Können irgendwann noch kommen vielleicht Aber Wenn sie jetzt so langsam nicht da sind Paulis Mal die Influencer Temperatur Kann mal sicher gehen Es ist nicht wirklich kalt Im Vergleich zu 20 Grad Ist der Flur kalt Ist der Flur kalt Ich verstehe es nicht Der Breaker ist an Das ist so komisch Ich stelle einfach nochmal ein Buch in Ein Buch in Flur Vielleicht hilft das Aber was ist hier los? Warum finde ich den Geist aber nicht? Mit einem Motion Sensor Da könnte er helfen Also wirklich gut helfen tatsächlich Ich glaube nicht Ja Obuch hier hin So Vielleicht ist das ja auch eine Task Und dann ist das Ein Flur Ein Flur YMF Der Geist macht doch gerade gar nichts ich glaube ich rede noch mal würde zwar meine sanity töten aber ich glaube ich bist du hier bist du nah ich weiß überhaupt nicht mal wo meine sprache hier you here are you near are you close are you friendly where are you are you here are you near are you friendly ok Tür wird angefasst wo hier hinten also vermutlich hier are you here are you yeah raus und sanity muss ich die kamera bewegen macht was ist das hier nämlich ein ständer mit sehr schließlich im flur stelle ich die mal da hin dann die kamera und so kurze fixe stehen eigentlich ganz gut mf hatte ich mal hier also wird man bestimmt nicht hören aber schön zu haben temperatur wollte ich noch nachgucken und ich kann den v gucken also die theoretisch halt schon wieder frei sein ja so temperatur bitte sag mal was gut ist es ist immer noch nicht so kalt aber es ist besser als gar nichts so kamera also ich sag ich werde nichts sehen hier drauf auch nicht dort oder so komisch aber ich glaube ob es kann ich dann doch streichen dort dauert halt vielleicht mal ein bisschen aber es ist echt doof mit der sichtbarkeit jetzt passiert aber halt wieder auch nichts im zweifel dass das freezing ist der rest kann es eigentlich alles sagen und ich gleich das uv wieder zurück passt jetzt ist ja auch aus dem sichtbar vorher ja nicht so vielleicht noch mal die temperatur was ist hier das was ist das hier dmf ist halt nicht kalt event ja ich bin tot doch nicht ich dachte weil die tür zu geht ich weiß nicht was es ist ich weiß ehrlich nicht was überhaupt sein soll ich geh rein guck nach dem buch und sonst ist es abhauen ich kann nicht wirklich groß machen außer hier jetzt nachkommen ich meine es ist nicht dort weil sonst hätte ich das ja gesehen vielleicht was steht uns überhaupt noch mal zur auswahl Das grüßt Salzglauchten, das grüßt Salzglauchten, das ist gut. Und Ghostwriting. Und EMR 5, ich hab grad literally alles gekriegt, was wir brauchen. Mein Gott. Äh, Writing 5, Spirit. Ach Gott, er jagt ab 50. Äh, Kamera. So, nochmals Salz. Stinky Spirit ist es. Mir ist auch egal eigentlich wie die Fotos aussehen. Ich möchte eigentlich nur alle Fotos haben. So, noch eins. Gehen wir kurz gucken. Ach, Frick. Ach, ich hab die ganzen Dinger schon fotografiert. Ja, okay. Ist das jetzt doof, aber... Also da ist der 5er Sprung. Hier ist nochmal ein 5er Sprung, da ist der Abfall von 5. Warum macht er immer nur so gelegentlich extrem viel und sonst so gar nix. Das ist so komisch. Anyway, was waren jetzt nochmal Tasks? Und jetzt Parabolic und Kerze. Und Kerze. Das lässt sich einbringen. Kerze packe ich einfach hin. Ich stelle mich glaube ich einfach irgendwo in einem Heidingsbottom. Das ist so komisch. Okay, ich brauche keine Kamera mehr. Aber in der Anfang ist es eigentlich... Ich hätte ausgeredet, das reicht nur. Ah, jetzt fehlt eigentlich noch der Knochen für ein Perfekt. Nein, nicht für ein Perfekt, aber ich brauche das Foto. Also ich meine, ich kann dafür Voten, aber alleine geht es leider nicht. Sonst könnte man Tronen eigentlich. Also ein gutes Feature, aber für diese Situation nicht schön. Ach Gott. So richtig Knochen eigentlich nicht wirklich. Nee. Kann ich erstmal alle Sachen wieder zurückpacken. Wer sonst noch was zu machen? Die ganzen Lärm-Pillingen hier auf dem Boden. Weicht. Warum ist hier... Also ich meine, ich glaube das Sanity-Teil ist einfach wegen dem Event. Boah, bitte was? Ich kann nochmal hier Mikrofon aufschleiten. Da. Und raus hier. Sonst sterbe ich wirklich noch. Ah, Airbridge geht. Mal gucken. Mal gucken, wie es funktioniert. Also an sich... Okay, das hat jetzt... Das Sound-Ding nicht aufgenommen. Ob es das überhaupt aufnehmen sollte? Keine Ahnung. Aber... Lass mich raten, jetzt macht er gerade wieder nichts. Ah doch das... Ja, okay. Das zeigt einem das nicht hier drauf, aber das hier ist halt aktiv. Da ist der Dortatsch. Da ist der Dortatsch. Aber so wie er diese eine Zürmer mag, hätte man auch glauben können, äh, Juri. Ich glaub der war schnell raus. 5. Es ist halt einfach nicht... Ja, jetzt direkt. Fuck. Er hat die Kamera rumgerochen. Warum glitzt das Logo da unten so durchs? Nice. perfekte sicht einmal kurz auf 10 ich will jetzt nur nicht abhauen ohne das ist spirit nicht das erste was eingekreist ist immer oder sind alle frei das weiß ich gar nicht das weiß also ich meine spirit ist immer das erste was eingekreist ist beziehungsweise wenn wahr ist oder spirit das erste ist aber ich habe nicht aufgepasst sonst haben wir eigentlich alles ich wollte gerade eine taste für inventar gibt es nicht so eigentlich noch mal wo sind so was wird angucken sehr kommen größt ja aber passive wenn sich das auch auf aktivität bezieht ja dann okay dann erklärt sich das von selbst only attacking when they need to naja defend place of death to utmost degree killing anyone on the court overstaying their welcome temporarily stopped by using incense ein bebringst es hat jetzt gerade einfach rein zu gehen das salz habe ich aber wenn er wieder kommt und das löscht dann kann ich eben das würde machen ich suche den knochen wenn man vom teufel spricht guten tag geh mal bitte auf fotos und löscht das mal dankeschön und information des tages es ist ein spirit und ich würde drei eingehen foto holen und knochen suchen aber sanity deswegen nehme ich in sens mit also ich würde nicht empfehlen noch einzugehen jetzt ein schlag alles wünsch mir glück hier ist ja schon mal nicht und die eigentlich überall licht an haben wir gerade angemacht darf noch nicht zu viel anmachen sonst muss ich noch mal runter zum breaker aber das lag der knochen wirklich ich meine es ist aushaltbar aber war schön sanity beibehalten ich meine hier war nix naja hat er auch gesehen ich glaube ich laufe einfach mal mit mit incense rum vielleicht hilft das ja warum hier ist kein licht an das hat mich gerade ein kleines bisschen hast du das gemacht ja ey mein gott lass das bitte dankeschön und der hat das auto angemacht jetzt weiß ich wie sich das anfühlt aber ich meine ich habe incense dabei also passt ja eigentlich ich möchte euren knochen suchen aber bitte bitte sag mir dann auch wenn er jagt dankeschön du bist hier die maus hey ich bin ja schließlich im maus drin ja weil du gesagt hast komm ich da rein ja weil du eh einfach sterben wirst ein bisschen lichter machen für sanity ja hier diese ganzen waschräume also was heißt waschräume badezimmer gehen alle nach nach außen auf ein bisschen komisch weil ich eigentlich das andersrum gewöhnt bin außer bei dem hier dann kann der knochen auch hier hinten oder unten sein und unten glaube ich ist er eigentlich nicht ich habe jetzt nicht geguckt mit dem breaker aber ja der knochen ist safe im keller hier sind ich muss nochmal die autoschlüssel holen ich habe unglaublich das licht nicht ausgemacht ah der rolle soll ich meine wir haben ja wir haben kurze fixe der kann eigentlich nicht wirklich ja ich habe mal den knochen auflegen dankeschön noch ein geholt noch ein geholt das ist mein gott guck dir diese sanity an dass der kein dass der kein kurze fix ausgelöst hat basically anyway spirit ausgewählt ja dann gehen wir jetzt easy hoffentlich eigentlich perfect game was ihr habt das fallen lassen können fand ich nicht ja das ist kein easy ja easy ja mit perfect investigation lad englef ich habe ich habe ich habe ich habe eine arbeit geleistet mehr du du hast an diesem verdammten monitor gestanden und ich habe mir den arsch abgearbeitet ich habe einen döner gegessen du hast dein döner gegessen und ich habe einen geist gejagt du mit deinem döner ey du mit deinem döner du mit deinem döner ja immerhin viel fleisch drauf und viel soße aha sollen wir weiter professional oder willst du auf nightmare ja okay wir sollten eigentlich wir sollten eigentlich nochmal professional weil du ja nicht da warst also also ja ab und kraften ab und kraften farm habe ich so wird schon diese ladegeschwindigkeit ja das ist erstaunlich ich weiß das so anyway wo ist der brecker ich glaube bis zum geist äh ne nur mal so der geist war nicht oben in diesem raum der war unten in äh zwischen flur und äh flur und wohnzimmer er war gar nicht oben auch oder hat sich bewegt warum bist du so kalt warum bist du so kalt warum hast du einen thermometer auf breakers oben habe ich schon vergessen ich mache röcker überall erstmal hier bei mir lichter machen ja schon wieder tür geht in eine andere richtung auf als ich erwarte warum geht in die richtung auf breakers jetzt gleich an jetzt dankeschön immer doch dann lasse ich angehen die lichter eigentlich außer dass hier oben glaube ich ach ich wollte also was heißt wollte sollte temperatur checken das ist so der schnitt bei dir das ist so der schnitt bei dir ok dann ist das der hausschnitt irgendwo knochen in der badewanne oh vielleicht vielleicht hier da schnitt das war schnell so er der aber die reicher ich kaputt gemacht er ist so dann mal sachen holen der kurs macht so was kann man sind da runter bringen ich habe erstmal wegen lichten kruz sie dann das kameras hat man natürlich scheint bisher noch ganz okay zu sein also nicht das beste was geht und mal gucken ich mal ja was ich bin dort sagt ich wieder weg ach nicht schnell noch ein kurze weg jetzt bin ich weg dann klappt auch wieder muss aber aufpassen dann ist er jetzt wirklich gut schlucken ja spritte box raus sehr gerade auch das ist ja event na ja okay weil ich dachte so jetzt was gejagt aber ich sehe hier keine orbs also kannst du glaube ich auch streichen aber komm mal raus bestimmt uns noch und bist du gleich weg ja schluck mal ich brauche noch mal mehr set up der raum ist also gigantisch das ist doch unmöglich hatte ich eins hinten in der raum habe ich schon hier vorne das wird noch mal die sanity vernichtet haben ja durchschnitt 50 es ist halt komplett auf das raum im erfahrung wir anscheinend schon drüben muss vielleicht noch mal bilden definitiv noch mal bilden schlucken ja spricht eigentlich relativ für ohne mit vielen events das war echt ja dort ach ja und ich war im raum also kein ich habe jetzt gestrichen orbs weil habe ich nicht gesehen und bild box sondern mit dir nicht geredet hat und wenn ich jetzt dort ankreuze habe ich und ohne aber ich war im raum mit dem go also mit dem geist deswegen ein gorion nicht auf dort hätte sein dürfen also ohne ok heißt fotos gucken und raus da brauchen wir knochen oder so oder willst du noch mal perfekt gehen wie sieht es aus hast du schon irgendwo bewegung ja habe ich hatte auch schon genutzt ja dann guck du mal brauchen wir noch ist dann auch schon das letzte habe ich gesehen ja aber wenn du wirklich perfekt möchtest müssen wir den knochen suchen also bitte wenn möglich steh mal im licht oder so eine kamera das ding ich eigentlich durch mit dabei ja so muss ja eigentlich nicht wirklich jetzt in der jagd oder so sterben eins zwei drei eins zwei gut drei noch eins zwei zwei ach das verschwindet wirklich nur wenn man es auf kamera hat das ist gut zu wissen ich wollte die kamera ist auch eigentlich gar nicht mehr ich lege die hand also das heißt die hand und der knochen randomer ich bin aufm rückweg bin aufm rückweg mach die ohren auf doch doch so eben einmal durch die fotos gucken passt alles ohne ausgewählt ja wehe das ist falsch dann gibt es Stress ey Samba dann gibt es keinen Stress es ist richtig garantiere dir es wird richtig sein wenn das heißt dann was dann kommst du in die stille Ecke in die stille Ecke oder was habe ich nicht gehört sag ich doch was glaubst du nicht an mich was glaubst du denn nicht an mich ist doch schwach boah level up level 51 stehst du einfach vor mir level 51 schnackhaft ja das dauert hier ein stück also mal hoffen dass die community alle schon dann gib mal was aus ne bin ja immer nur ich hier der die ganze sache kauft ja du hast auch die guten Sachen guck doch mal dein level an level 51 ja aber hast du schon mal irgendwann was geupgradet bei deinen sachen da die sind doch alle nur low level weil du die nie upgradest oder was ich hab noch mal Tarot Karts auch noch mal Tarot Karts mein Gott ist das Ding laut ich dachte das wär leiser ich hab eben einmal so so also ich habe bei mir alles verbessert was ich verbessern konnte und bin bei 20.000 ja so wie es sich gehört jetzt bin ich aber du gibst ja nichts aus ich spendier ja du bist nicht sollen wir ja da ist ebenfalls dieser diese monge nämlich von ikea verklagt ebenfalls professional oder okay einfach ja das wird definitiv gar nicht easy instant was komisch ist weil ich hauste most events motion sensor und in der nähe in sens ist alles machbar wo ist der breaker breaker ist erster schluck lass die glocken ruhe dass die glocken ruch so erstmal den bräcker wollen dass er zum glück weit unten was nicht wie hoch das kommen kann du guckst einfach irgendwo also von unten nach oben ich gucke von oben nach unten muss noch das haus vorne schenken also das heißt von oben nach unten ich gucke auf den weg schon er hat mir schon so ein durchschnitt zu müssen vermutlich also im dritten ist ein bisschen kälter als sonst ich gucke noch mal höher im dritten ist es also bei den weinflaschen doch der ruse alles kaputt ich denke ich hatte mich immer lichter machen dass wir noch an der sanity sterben warum haben wir jetzt warum gibt es das nicht dass man draußen so lange springen also spritbox im kamera set up es ist mein kraft flashbacks der ganze regen macht es einfach schlimmer ich glaube die map war doch nicht so gut einfach weil es auch wieder so viele sachen geladen werden wir bräuchten noch ein zweites buch möglicherweise v im bestenfalls ein kurzer fix denn eigentlich nichts richtiges sagt ist leer wie kalt ist es dann kann ich mal so also ich meine dass man hier schon aus und sieht ist eigentlich schon ja okay weil also sieben grad verständlich ich höre dich nicht so gut wegen treppe ja pech gehabt machen wir gleich oben auf der etage das licht aus danke immer diese neu angestellten average bei 60 sollten gleich mal gucken so irgendwas schickes hier danke schön ich sehe jetzt so keine orbs könnten vielleicht auch auf der anderen seite sein aber ich sehe jetzt gerade keine orbs kann es vielleicht mal die kamera noch auf die andere seite des billers stellen also die kammer ach das nicht ja geht einfach mal kann man auf die andere seite die kamera ist dieser fette blog einfach dieser dieser ständer an der wand am fenster irgendwo ja alles gut ich sehe was brauchst nicht also v ist da oder was dann haben wir alles ne und v kann es gar nicht sein doch war ja ja ich habe das falsch gestrichen er hat eigentlich freezing zu bestätigen aber komm mal ja wenn du die drei die wir haben zusammenfügt dann kann es diese kombination nicht sein also ist es nämlich ja freezing würde es halt noch mal bestätigen also bin genommen ja ist intense fertig ja motion sensor ist platziert keine ahnung wann er durchläuft so raus hier fotos machen oder erst als platzieren ich glaube erst als platzieren ja ich habe das machen kann ich mir mit mir ich habe einfach taschenlampe eh gucken mal ob motion sensor passier motion sensor ist sonst platzieren ja der ist gerade durchgelaufen ok so dann noch fotos ja der ist gerade durchgelaufen habe ich gerade nicht dabei die kamera aber ja ja aha ja ich weiß ok das ist ein bisschen heftig ja ja doch mal kommen ich ja ja ich ja 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 ich wäre ich kann sich die kamera holen ein gott sonst kann ich halt nicht drei salz mit tragen aber guck mal hier das aus李 ist aber nee bei mir is ja bei mir is ja normal drauf auf erzählen also bei mir kann's im stream gut sehen dass er da so lange fl Debbie ja ich glaube ich sehe es ja perfekt wenn ich es brauche ist vorbei aber wir haben ja wieder nur so 1 ihr muss halt einfach mal jeden raum hier durchlaufen doch hier auch hier hier von drei alles gut da unten ja ja ich empfehle dir aber gehe raus weil ich habe hier ich mache kein licht an das verliert sie sind aber schon vier ich glaube da gibt es nicht so dunkel ich sehe gar nichts schrecklich ach ja wir brauchen eigentlich schon perfekt noch den knochen wenn wir es machen wollen abelahein nice wieder ein perfekt machen oder mein gott mecker doch nicht es gibt leute in schlechteren situationen so ich gehe noch mal rein und guck ab ab countermeasures dabei haben ein paar flares wünsche mir glück scharf habe ich nicht dabei nein vielleicht die taschenlampe gegen kopf oder so aber ich bin vorbereitet das heißt ja ja das kann man aufmachen das licht hier würde ich aber gerne haben das hier oben kann ich auch machen so ein bisschen mehr licht noch ein gefunden war sogar oben beim geist hinter dem esstisch glaube ich oder was es ist das ist easy game müssen ja gleich mal ein paar spielen ich will nicht ich meine einen ein ding versteckt ja wir sind halt nur nie darum auf die karte zu gucken anyway angekreist in mimik also mal raus easy merkt aber gerade sehr mein gott aber ich glaube das ist diese merke einfach weil ihr so viel geladen wird die karte die karte weil du letztens daily quests bekommen hast und das 100 gibt pro daily Ich weiß nicht, ob man das auf so Gamba zurückziehen kann, aber halt immer mal nachgucken, so wie weit das neu ist. Die Sache ist, also ich habe Vertrauen in die Phasmo Community, aber es fühlt sich so leicht an, das sind jetzt 5 Tage her und ich schätze mal 3 wird nochmal schwerer als 2 sein, dass es knapp sein könnte, also werden könnte mit dem Ding. Aber es wäre schade, wenn es nicht so ist, weil ich hätte gerne, also wenn es nicht bekommen wird, weil ich hätte gerne die Trophy. Und ich weiß nicht, was das untere sein soll, also. So, wie sieht es aus? Manneidmeer? Du bist jeder Schäfer. Ja, dann ab, manneidmeer. Wehe, du stirbst. Ja, so. Ja, so. Was haben Sie da gesagt? Entschuldigen Sie, können Sie das wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Mein Gott. Perfekt. Anyway. Ich bin neidmeer. Lass mal, ja, Willow Street. So, jetzt. 3x4. Ja, dann bis jetzt nächstes 30. Nächste, nächste Runde. Ach, ich habe es einmal strecken. Ich sitze hier schrecklich für meinen Runden. Da ist mein Problem. Frage mir die Kamera. Also, wir haben jetzt nur zwei Evidence. Motion Sensor, Incense, EMF, falls wir das machen wollen. Breaker ist... Wird nicht mehr auf der Karte angezeigt. Du gehst in die Garage, ich in den Keller. Ich habe ganz vergessen, dass es nicht mehr angezeigt wird. Ich habe gedacht, ich habe kein Schuss gewonnen. Ich habe den Spiegel gewonnen. Bitte nicht nutzen. Breaker in der Garage. Mach mal ein Foto von. Ja, dann geh eine holen. Mein Gott. Immer die Azubis. Ja, guck dich doch an. Beschwerst dich über zum Wagenrennen. Ich kann ja schon mal nach Knochen gucken. Hier ist ein Ohr. Okay. Ich kann mal in den anderen rein. Hier ist ein Ohr. Nichts. Ja. To front. Ach, und der Breaker ist im Keller, weil ich es noch nicht gesagt habe. Komm auch an. Noch ein. Noch ein. Nee. Ist hier ein Kälter? Nicht, glaube ich. Kein Knochen. Kein Knochen. Kein Knochen. Äh, Badezimmer. Ist aber auch wirklich wieder nicht kalt. Das ist aber nur kälter. Und wenn du die Kamera hast, dann mach mal ein paar, knipsen mal ein paar Orbs. Das sind theoretisch noch zwei im Keller, wenn du das machen möchtest. Einer, wenn du runterkommst, rechts und einer im ersten Raum hinter den Regalen. So. So. XFX reicht eins. Dich und dich. Böscher mal Kamera. Seine Sanity wird drauf gehen. Aber kommt jetzt. Max, der hat dich aufgemacht. Aber der redet jetzt nicht, oder was? Nee, aber der hat dir auch gemacht. Ja, okay. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du freundlich? Gar nichts. Ich bin nicht bekannt. Ja, guck. Also, ja, kannst du ein, zwei mal versuchen, aber solltest du da gleich mal auch raus. Aber, ja. Ich sag schon mal, es ist mit. Bird Box, weg damit. Sind halt jetzt auf Nightmare. Dass die Sanity schneller weg ist, ist ein bisschen schlecht. Aber Cruze fix. Cruze for the win. Mach mal Licht aus, wenn du's angemacht hast. Was hat er ausgelöst? War das eine Jagd? Event, oder wirst du gejagt? Okay. Ich glaube, jetzt ist es gut. Okay. Scheint mir nicht nach Obst auszusehen. Ich meine, es ist verdammt hell da, aber ich glaube, es sind keine Obst. Ja, je nachdem, also ich meine, Sanity sehen wir nicht, aber wir starten immer noch mit 100. Wenn das so weiter ist mit der Sanity, dann wird's höchstwahrscheinlich ein Demon sein, weil der recht früh gejagt hat. Also, jagen wollte, ne? Ein Shade ist nicht ansatzweise so früh. Der Rest ist so im Bereich 50 Durchschnitt. Gehen wir mal davon aus, wir sind so bei 60 jetzt, von 100 aus. Dann ist so ein Demon. Ja, wir müssen mal Ultra-Wilder gucken. Ich will hier in rein und jetzt auf UV und gucken. Ja, weil, wenn er es schon mal nicht UV hat, dann ist so. Aber der hat halt viel Tür begrapscht, ne? Ja, der hat sehr viel gegrapscht. Scheiße. Dann, schau mal schnell nach. In den Spiegel gucken, meinst du? Nein, nicht in den Spiegel gucken, wo der ist mit Thermo. Ich hab nur, glaub ich, keins in den Moment. Ach, doch, wie er sagt. Doch, hab noch eins gefunden. Bei mir, bei mir. Hier, hier in dem Raum. So, erstmal die ganzen Sachen hier wieder platzieren. Äh. Na, Freezing, glaub ich auch Demon. hier ist eigentlich in den fotografieren oder doch Ah. Hey, you. You're finally awake. Nein, Gott. Nein, Gott. 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 So, jetzt. Äh, lebst du noch? Hallo? Test. 2 auch immer noch die kameras umgestoßen er hat sich dann wieder bewegt kein schild ein gorio also kein schild kein gorio der hat sich bewegt ich bin eigentlich immer noch für die münchen wäre breaker ausgemacht hast du bräcker wieder angemacht eigentlich nicht er war aus ok was werden wir noch mal die demon ist ultraviolett ghostwriting freezing haben wir gefühlt alles nicht gekriegt ich meine würde ich bin bild ab ich kann ja ich muss reingucken mal ich werde schon nicht sterben aber ach hast mich ja abgeworfen sehe ich jetzt das breaker ist noch anders spricht eigentlich auch für jim bist du hier noch hat sich aber auch schon wieder bewegt weißt du woher kam dann muss irgendwo hier hinten sein oder aus dem keller weil er tot ist weil vom screen gestorben ist keller ne ja gefühlt muss erstmal mal so viel wie der sich herum bewegt kann ja auch kein freezing und zeigen mal einfach nie irgendwo stehen bleibt aber ist auch gerade nicht wieder freezing ist vier grad sind raus hier kommt nichts stehen in irgendeinem buch aus angeboten buch ist reingeschrieben die nun sein eine ultra testen ich habe ultraviolett aber wird safe die nun sein ist schon raus denn es auch raus also passt habe ich aber auch mal lieber mein ja die man an kreisen wir haben ist gleich bitte die man bitte die man wir werden aber nie drauf gekommen was heißt warum 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 du bist hier gestorben warum hörst du nicht auf mich ich habe gerade mehrmals ganz schnell das tier auf den bogen geworfen ja ich weiß aber nee ich hab das auch gut auf den bogen geworfen zu sagen nee nee nicht jemand weil der ist auf einmal auf die zugesprittet wie justin bold also ja okay aber ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen ich habe hier oben auch gehört dass dass der wir sind eigentlich auf 1 auf 125 prozent geschwindigkeit also ein stück schneller aber wenn der wirklich so schnell war ja okay das habe ich halt nicht gehört von meinem heilig ich hab dich zugesagt mit dem kuscheltier ja das hast du das ist fakt noch mal die map oder andere ich hab 8 augenruf gesicht nice anyway ich glaube wir machen uns das leben einfach mal wir versuchen die gleiche map noch mal oder ja dann ab dafür jetzt wird mein handy abgeschmiert und jetzt bin ich einfach nur noch ein stilles bild was blinzelt und redet perfekt ich sehe auch gerade wenn ich einmal kurz drauf guck hast mir werfe auf den kopf ja so jetzt aber mal hoffen dass es besser wird ich glaube ich kaufe mir eben noch schnell in den zweiten seiten motion sensor ich hab gleich abgegratet ja das heißt ganz theoretisch offiziell dann ist schon die weihnachtszeit voran ich hab ich hab ich hab schon so bilder gesehen so dieser dieser scary face skelette die somit so föhnen also einem eisblock stehen oder diese eine komische sängerin da drin ist und dann so den eisblock auftauchen hilfe nein ah ich will nicht tot der musikindustrie ist das hier anyway ab dafür ich kann es verneinen weil wir noch nicht jetzt haben klebt bei dir diese taschenlampe auch einfach so seitlich hier drin hast du dir vielleicht aufgehoben ja bei mir hing die seitlich in der wands also also ja let's find some ghosts ja keine garage wo liegt denn zeitschrift irgendwas ja ja nice kann man doch ja ja aber die sind ja neben der küche fuck fuck äh nicht ja ja direkt nach dem knochen gucken ja bei dir was oder ja war ein bisschen doof dass er dann im keller ist aber wird schon lassen wir so ein tot an hier unten bei mir im ersten raum keller aber aufpassen mit dem reden dankeschön kann ja nur was werden noch mal licht ja noch mal jetzt nicht das ist ja hier vielleicht ja ist ja nicht wirklich ein großer raum gut zu fix ist sehr scheiße wichtig erst mal so hoffentlich wird die runde jetzt besser hätte ich gedacht die man nicht weil nix hat für mich gesprochen waren wir anscheinend von der sanity besser dran als ich gedacht habe deutlich besser dass dort dort D-O-T-S Ah, nein Delta, Omega Theta, irgendwas Ja Anyway Ach ja, du spielst ja auch mit Sprache auf Deutsch Ja, Rave können wir einfach Salztesten Ja, mittlere Reihe und ganz oben Nein, nicht Berlin Da können wir einfach Salztesten, Jokais reden und hoffentlich nicht sterben Äh, Diogen wird schon Äh Ja, Phantom ist halt da Wow Immer ein Gruß hier mit dem Zweiter Ist echt alles angebrannt Immer diese von Geistern, Geistern verseuchten Häusern Immer noch gleicher Raum Ah, Mann Ist ich dumm Kein Rave Kann ich mit jener Rave, sagst du? Ist aber schade Geistern 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 Also ich hoffe mal, unsere Cernese ist im Bereich 80, weil dann passt doch. Ich glaube, es ist kein Yo-Kai. Also Freezing kann schon mal nicht sein. Ja, dann lass... Ach ja, wir haben ja schon beide. Ich bin so... Ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir in meinem Spiel haben. Äh, hast du die Spiritbox schon? Geh mal raus. Na, jetzt kam der Wind. Bist du hier? Bist du nah? Ich glaube, ich habe meine Box auf Englisch. Ja, wie sie ist. Alles klar. Bist du hier? Bist du wo advance? Ja maior, hier sind wir uns. Ja fast drehen. warum hast du den geist zu provoziert erklär ich hier oben erstmal raus ich meine dio ist leicht überlebbar bei einer jagd aber erstmal raus so hast du das schwere atmen gehört ja das schwere atmen der bei einem diogen ist es so dass wenn du die box direkt auf ihm einsetzt also wo der geist sich befindet direkt nicht in dem umkreis wo er sagt sondern direkt auf ihn hast du die chance dass der eben diese schwere atmen macht und weil ich in den dots gesehen habe bin ich hin ihm hinterher gerannt und dann hatte das getan deswegen ist es ein dio und halt würde er uns jetzt jagen oder hätte uns gejagt der ist halt sehr schnell wenn er fern von dir ist und er weiß immer wo du bist aber sobald er bei dir ist kannst du einfach von ihm weggehen und er kriegt dich nicht also halt nicht verstecken wenn der jetzt jagt aber müssen halt nur auch gleich fotos und ich meine fotos sind besser gehen wir sehr schnell eine bewegung sensor haben noch nicht platziert sind hier zwei habe ich auch mal upgradet weil ich glaube low 25 also die anderen zwei sachen nein danke ich meine es war immer noch in die oder sollen wir machen das war auch perfekt werden kommen und ich frage ich ja aber möchtest du vergeben und eine ganze menge money oder nicht ja geht also gehen wir schon perfekt ich frage ich ein kleines kind weil das halt so ist und das sind fertig jetzt noch knochen finden das andere war sanity und wenn er dich jagt das machen können wir basically alles easy machen heißt ich glaube da liegt sogar der knochen hier war perfekt stehen wir einfach so oder nicht der knochen ich hole mir auch mal eben kurz incense und dann können wir uns eigentlich oben in die küche oder so stellen er findet uns ja sowieso der weiß ja wo wir sind der hat einfach dahin bei ihr wo ist aktiviert so du bist schon in der küche dann mach mal nicht aus ich glaube ich sollte mal kurze fixe weg bewegen könnte man machen aber nicht mit einem geist im haus also wenn gleich einmal alle lichter ausgehen dann hat er noch das andere kurze fix erwischt schau einfach mal auf die tür jetzt kocht er wirklich hier warum kochst du dein handy es ist doch nicht mal deins es kommt darauf an ob das der bewohner ist oder der bewohner raus ist ja ok aber wer weiß vielleicht bei den ganzen zimmern hier leben doch so ein paar leute hier bei der größe aber der geist den haben die beschworen höchstwahrscheinlich durch deren schlechten kochkünste ich sag ja nicht dass du den gast beschworen hast außer du wohnst hier vielleicht war es ja auch die katze die den knochen gegessen hat ja einmal der einmal die ganze katze die katze ist der geist die katze ist der geist die katze ist der geist ich hab auch zu sehen mein dingelang gemacht die katze ist der geist einmal eingesetzt ist mir gar nicht aufgefallen also er kann schon mal jagen aber 25 sind wir noch nicht wir sind gerade bei 25 angekommen also du kannst eigentlich wieder rausgehen wenn du möchtest dann hast du kein risiko dass du stirbst du kannst jetzt nicht mehr rausgehen guck mal wie langsam der ist der ohne fertig haben wir los was ein lappen dieser geist ja vor allem so langsam hat er sich die hand gebrochen fehlt dem oberschenkel dann wäre ich glaube ich auch so langsam so erst mal die hast du den diogen ausgewählt ja dann ab dafür jetzt gibt es gut geld also wirklich sehr gut geld findest du mich an easy ich habe jetzt dass das beste im mf glaube ich war gestaltet er weiß wird sich jetzt gegönnt also wahrscheinlich das erste mal wo ich ein diogen überlebt habe laut spiel ja gut möglich jetzt haben wir geiles mf das sagte wo es ist und das sagte mehrere reaktionen gleichzeitig hat okay wo ist es denn hier hier unter den kerzen unter den dreifach kerzen da diese dieses dinge das zeigte dann an eben wo das herkommt und wie stark das ist und halt das zeigte bis zu vier oder fünf an fünf verschiedene auf die auf diesem bildschirm das liste deren auf was alles passiert ist an aktionen ja sie erst mal ein action sehen das glaube ich dann nicht wow okay noch mal nightmare oder professional richter mir nightmare oder professional ja okay dann gehen wir einfach nochmal professional weil du es ja sehen möchtest ja okay so bereit in der blaue augen hat das schon mal wer gesagt nö wow mein gott sieht mal sehr interessant aus ach das zeigt dir dann bis zu drei an aber ist immer noch gut dass das ist похищen entdeckte mir hau 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 ich mach this ding hämtlich habe ich auch noch hämtlich schaue damit so recker son so schätzen muss ich hier oben an mich noch nicht ja doch größer sprung mag dieses thermometer nicht wirklich aber das abend das alte haben ja das macht es dann nicht so hast du gesehen hier das piepe ding hier auf dem boden was gemacht hat aber auch schon knochen gefunden aber bist du jetzt überzeugt von dem teil kamera und ich bringe den buch das war ja weil das das hat ja so geflickert weil das jahren event war aber das ist eigentlich besser als das andere ein gottes led screen immer diese jugend immer diesen neuen angestellten möchten immer nur das was schön aussieht so habe ich in dem kopf hat sich noch nie so ein ding sehen also glaub ich nicht dass die dann gibt so und so 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 hoffentlich ein paar aber echt schön wenn man so eine überarbeitete es doch teils das soll jetzt alle gewesen sein meines müssen noch mit dem oder was ja dann macht doch dahin dinge aus ich höre das noch das war hier mit alles aber das ist eigentlich auch cool zu fix her damit was sind wir eigentlich für risk taker gibt noch kein kurs in der küche braucht man oder braucht man nicht auch mann und ich gerne kamera also wenn aus dem raum raus oder haben eine sanity ist unter 50 er wird aber freudig sachen ich sag dir jetzt schon ist ein poltergeist passt dazu ja ne sorry passt nicht dazu ich bin doch ich sage aber keine orbs schau mal macht ihr mal lichtern und schauen wir uns buch weil dann ist denn und kommen zurück dann ist es niedrig eigentlich schon in dem salz irgendwas drinnen und das kälteste was ich gelesen habe auf dem thermometer war 1 grad gehe schlucken mein gott immer diese nahe gestellten aber jagt bei 50 gutes zeichen So wie kalt ist es da hinten. Rattdurchsatz gedreht, immer schön. So die Kamera habe ich nicht mehr dabei. Warte ich mal hier. Ach UV. Ja, schon mal UV, aber mach Licht an. Hm. Wir spielen Professional, also gibt es drei. Alles klar. Fast, Twilight, Photo, Motion. Motion ist gut. Nur noch ein Buch und noch mal. So viel kann es ja dann auch nicht mehr sein. Das habe ich gestrichen, habe ich nicht gesehen. Hm. Riesing glaube ich auch nicht wirklich. Das sehe ich nicht. Das habe ich nicht gesehen gerade. Da rennt ein Geist vorbei. Da rennt ein Geist vorbei. Ähm. Ich habe gedacht... Also ich... Ich call Uni. Meine... Hallo. Das war ein schöner Junge. Da haben wir ein paar Glasscherne im Kopf. Jetzt ist er weg. Ist aber unfreundlich. Oh, der hätte mir jetzt ein Foto vormachen können. Das ist eine Aufgabe. Ich mache ihm ja keine Kamera dabei. Ja. Ja. Ah, caught me. Ah, Gott. Ah, Gott. Das ist nicht. Also ich bleibe nur in die Kamera gucken. Ops, habe ich schon gestrichen. Nein, nicht so. 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 Also ich hoffe auf Dots, aber... Ich glaube auch nichts. Aber wie gesagt, ich call Uni mit den ganzen Events, die da waren. ich brauche was für das Video zu machen. Ich brauche noch mal ein Foto von dem Ort. Ich werde noch mal mit der Kamera rein. Uni bräuchte Freezing und Dops. Also das... Häh? Dann mach noch mal ein Foto von dem Ort. haben wir mal in die bücher könnte man bestimmt streichen ja angefasst ja wie ja wo ich auch was sagen ohne ist raus ohne ist raus ja ja aber der mit mehr fingern der schon mal raus den können wir gar nicht haben können wir gar nicht weil wir fotoformen geist brauchen wir brauchen ja noch ein event dann werde ich die kamera mal eben da also das bild box ist raus es gibt noch freezing dots und was soll man das letzte sind kann man aber glaube ich streiten und ich meine es würde ein gorio sein weil er hat sich nicht bewegt und dort wir waren die ganze zeit eigentlich im raum also kann auch keine dort sein und das ist ja perfekt dann sitzt sie höher du musst mit aus dem raum raus nicht aus dass eigentlich ihre wahl sind dann nur die dots in der kamera beziehungsweise wenn du nicht im raum bist also wenn er halt jetzt jetzt dort zeigt dann ist es ego weil fehlt noch das ist eine flasche ja also wir wissen jetzt wir können also das geist foto mit dots schon mal raus weil da kommt ja nicht wenn wir dabei sind doch vom jahren her sind wir eigentlich sicher wir müssen halt auch ein event hoffen ja dann gucke ich mal das kann ja nur eine ewigkeit dauern bitte einmal foto löschen bitte einmal foto löschen ich dachte der airball könnte als geist gezählt werden da gibt es doch dieses event dass so ein ja so ein atemball auf dich zu fliegt wenn du das fotografiert ist nicht als geist ja weil nun schlecht ist wenn du so Nein, du bist schlecht. Ich habe so eine leichte Befürchtung, dass könnte hier gefährlich werden. Ah, wir müssen eventuell mal Rentschung gehen. Ja, ich? Ja, aber du bist bei 47, deswegen bei dir würde es sich mehr lohnen. Ja, okay. Ich sehe deine Taschenlampe durch den Truck. So. Zurück rein da. Zeige dich, Geist. Show yourself. Ja, so genau. Aber zeige dich. Gary Doe. Zeige dich. Da warst du. Er soll sich zeigen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Show yourself. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Bei mir funktioniert es nie. Aber damals war es so. Guck mal, ich habe 100% deadly. Sorry. Ich gehe drauf, 100% deadly. Aha. 100% deadly. Ich, der, der schöne Wein oder was auch immer das ist. Wir. Eidos. Ach Gott, ich kann mir mal eine Renten machen. Dankeschön. Hat der vorhin immer so viel. Ich gucke auch gerade nur über die, über die Kamera unten auf das Ding. Aber weil ich dann mehr sehe. Was? Als hätte da Fenster geklopft. Ja, dann sind jetzt Fingerabdrücke drauf. Ja, dann sind jetzt Fingerabdrücke drauf. Ja. Ich mich hier abwerfen. Dankeschön. Gib uns ein Zeichen. Aber komm mal mit hier hinten hin, oder? Zeige dich. Zeige dich. Komm mal hier rein. Gib uns ein Zeichen. Marshmallow aus. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ganz schlecht läuft er dann irgendwo durch und ich kann ein Foto machen. Ich hoffe ich. Komm schon. zeige dich ich meine theoretisch wenn es funktioniert wir brauchen ja nur ein foto vom geist dann können wir es einfach löschen mal gucken ob es geht ja einmal löschen und den rest machen wir dann sein fotos wenn das geister foto keine drei sterne gibt aber durch den haben habe ich geworfen also ich glaube das wird nichts minute bitte aus dem raum raus bleiben naja ich glaube mit nichts also geister foto können wir knicken einfach salz fotografieren gehen oder ja dann zimmer durch mit okay ausgewählt ausgewählt schade ums geld aber ist so 1 1 1 1 ist ein zeichen ist doch schön 13 12 ein anderes zeichen und wir haben die elf gekriegt 13,12 prozent und wir haben die elf ist so ein zeichen aber sehr laut der ohr ein zeichen für noch eine runde noch mal für das event oder mal nicht für das event eine entscheidung ob wir das event weiter treiben oder nicht ach lass mal eine runde tanker gut ist mal was frisches so brekker ist in der garage incense ghost event motion sensor machst du aber vielleicht den raum gefunden ja schon mal kälter als überall sonst mal gucken wie ich die kamera aufstelle wo bist du freundlich bist du freundlich da bist du hab ich gehört easy speedrun holz fenix da muss man das licht aus ich gehe in der kamera und event kein ultraviolett kein mf dort ghostwriting und freezing ist noch offen hast du UV dabei? ja gut motion sensor das ist das andere near the ghost ich komme auch euch an die dusche angemacht euch an erfolgreich hier bei mir oder war das bei dir? siehst du was? ja dann licht aus einmal raus und dann gucken wir gleich ghostwriting ja meh lass mich mal kurz verrückt sein ich will grad die fähigkeit von mehr aktivieren dass er einfach hier mein licht direkt ausmacht wenn ich es anmache hier 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 will gerade nicht wirklich gerne warum haben wir jetzt das alte imf dabei hast du eins eingekassen geladen oder was sollte alles das neue eigentlich sein eigentlich soll das neue sein so weiß ich noch salz und raus da und dann haben wir was die kamera hier ja danke warum stellst du dich in den kasten eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht easy i was fertig okay Gehen. Hast du mehr angeseuchert? Ja. Jetzt brenn' ich dich mal. Jetzt brenn' ich dich mal. So. Easy money. Bist du müde? Nee. Oh. Oh ja. Level up. Leider nichts anderes. Hilfe. Hilfe. Der Leber ist ein Augen. Der Leber ist ein Augen. Oh. And here you can see the typical ghost hunter in its natural habitat. It is fighting a competitor. They ram their heads against each other in an attempt to knock each other out to assert dominance. Er war einfach wie so ein Hirsch. Ja. Wow. Aber echt. Die wär gut auf der Map. Wunderschön. Gehen wir mal. Mit dem Code. Ja. 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 Ich bin mir wieder, dass. Was machst du denn? Keine Ahnung. Aber du warst ja froh, dass es dieses EMF gibt. Ja guck mal hier. Die Blinklichter. Ich hab doch gar keine Ahnung. gar nicht machen warum auch immer hat man einfach im inner im hausen garagen zu ich bin aber kein amerikaner nein also bestimmt hat das mal gesagt aber nein okay war das nicht bei der mauer irgendwo jetzt doch ein bisschen bekannt vor dann ist er und Wo bist du? Hier unten im Badezimmer. So. Easy. Lass mal wieder einen neuen Quatsch holen. Geisterbox. Geisterbox. Okay. Äh, Spiritbox. Wir haben sehr oft Geisterbox. Ja. Freu mich jetzt. Sehr redefröhlich. Mal hier hin. Geh. Geh. Ah. Okay. Flur. Ein. Aus. Erstmal in der Kamera gucken. Agma UV ist ein bisschen hell. Danke. Dann nochmal Temperatur, aber sieht mir nicht nach Orbs aus. Äh, Orbs aus. 7 Grad. Okay. Keine Orbs dann. Ich meine. Ich meine, das ist... Uff. Das war halt. Ich meine, das ist da. Ich meine, das ist da. Keine Orbs. Sorry. Was schon? Brauchst du noch irgendwas zum Geisterkuckel? Sonst brä ich Salz. Alles. Äh, ich glaube, hier liegt alles. Hat der überhaupt schon irgendwas gemacht? Nee, ne? Geben Sie mir ein Zeichen. Es wird dir schon kein Zeichen geben. Geben uns ein Zeichen. Geben uns ein Zeichen. Geben uns ein Zeichen. Es ist aber keine Fußabstür. Ja, dann, dann kein UV, weil bei drei, also bei neun Salz, kein Fuß, keine Fußspuren. Das ist schon, uff. So. Und Rave können wir streichen, also das mit mittlere Reihe ganz oben. Twins, Your Morai, Spirits. Phantom Morai, aber du stehst ja schon länger am Doktor. Okay. Spirits oder Twins? Da bist du schon mal raus. Da kannst du mal linksklick auf das Dodds-Ding machen. Dankeschön. Ghostwriting Spirit, Freezing Twins. Haben wir schon Motion Sensor stehen oder? Ja. Aber jetzt glaube ich, weiß ich auch, was mein Problem war mit dem EMF. Ich hab das, ähm, das Loadout nicht updated, aber nur die Items für diese eine Runde. Wow. Also, ja, wenn ich mir das lauter nochmal fällig mache, dann ist auch alles Gute wieder drin. Wir haben wieder Buch oder Gefrieren. Haben wir eigentlich alles da, also. Ich schau mal nach. Buche schon mal, ja. Ja. Hattest du Knochen schon, oder? Nee. Müssen wir den noch suchen. Also, ich glaube nicht, dass wir hier eh ein Perfect Game machen, aber wär schön für, äh, ein bisschen Geld. Ich glaube aber auch jetzt nicht nach Gefrieren, Mathe. So, sieben Grad. Hm. So, das zweite Buch. Such mal nach dem Knochen. Ei, ei. So, 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 so. Buch. Es ist wirklich auch mal eigentlich nicht. er hat den fernseher gemacht eine frage ich war jetzt habe ich schon gesehen beim wohnzimmer ist 21 grad also wir haben schon mal zwei stellen wo es kalt ist also es kann ich glaube es twins also ein problem ist halt ist es beide nicht riesig aber es sind zwei räume wo es kälter ist ich mache ich holt schädel und du gehst einmal nach oben und guckst da temperatur wo es nicht direkt nicht direkt nehmen doch sehr direkt neben dem trinken macht dann schon mal alle fotos werde ich weil er hat jetzt auch erstmal die motion sensor nicht mehr ausgelöst mal gehen zwei drei jetzt können sie doch für eins mal nachgucken 1, 2, 3, 1, 2. Bis jetzt ist hier oben so 20 für 22 Grad. Okay. Der wird hier unten sein. Also hier in den Kirchenbereich. Zwölf. Oder ist hier ein kleiner Twin oder ein großer Twin? Hm. Das ist komisch. Also der Spiegel zeigt den Geist derzeit von der Ortschaft hier in der Küche. Hier ist auch kalt. Aber immer noch nicht gefrierend. Ich hole mal ein Buch rüber. Das hier wird wieder wärmer. Ja. Ja, dann mal gucken. Also ich sag Küche ist es jetzt. Man hat auch schon so ausgehört. Aber ich sag das ist ein Spirit, weil kalt wird es ja auch nicht wirklich. Das schreibt dann halt nur nicht ins Buch. Schreib ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Mein Gott Harald schreibt endlich bei den Aufsatz. Abgehobene Datum ist gestern. Wollen wir mal deinen Namen sagen? Äh, gerne. James Shipman. James Shipman. Schreib ins Buch. James Shipman. Ich glaub das reicht aber. James Shipman. James Shipman. James Shipman. James Shipman. Ich dachte das wird hier nix. Ich stell einfach mal die Kamera zum Buch. Wasten wir nicht unnütz Sanity. Kann aber gut runter vom Sanity. Kann es eigentlich rauskommen wenn du möchtest. Das hat das Buch im Glück. Deswegen wir jetzt auch nicht ansatzweise kalt genug zu den Friertemperaturen. Wir hatten heute noch gar keine Friertemperaturen. Auch beim Mimic nicht. Ach doch, beim Mimic war Minus 5 ne? Ja. Ja, da waren wir noch schön. Aber das Kleideste war jetzt gerade, war aber 6. Ja, okay. Ja, aber dann ist es Spirit. Er will halt nur eigentlich ins Buch schreiben. Er hätte es gesagt, wir hauen einfach ab, oder? Ja. Nein, da ist Spirit im Kreisen und dann sind wir weg. Ach, warte. Mal hoffen. Hinterher ist es ganz was anderes. Ist ja lustig jetzt. Ach, bitte komm. Doch freezing. Ja, aber es wurde nie kalt. Das ist GAM. Das ist GAM. Ja, das ist mein Gott. Mein Gott, es wurde halt wirklich nie kalt. Das waren 6 Grad. 6 Grad ist nicht kalt, das ist angenehm. Der angenehm kommt drauf an, aber ist es nicht freezing. Äh, freezing. Also wenn ich da ein Glas Wasser hinstelle, das wird nicht einmal 6 Grad. Nö. Das ist noch schön trinkbar. Aber wow. Mein Gott. So, aber mate. Ich würde sagen, wir haben für heute, haben wir gut gestern gemacht. Meinst du? Ja, wegen ihm bin ich nicht gestorben, bei dir ist er einmal gespawnt. Im Keller wollte ich ganz entspannt Bilder machen, dann wurde ich brutal abgeschlachtet, weil man an meine Fresse gerannt ist. Ja. Das ist Pech gehabt. Aber, sie haben gut Geld gekriegt. Das stand so im Arbeitsvertrag. Sie haben nicht das Kleingeschriebene gelesen. Das stand so im Arbeitsvertrag. Das stand so drin. Das ist eine 30. Das ist keine 30. Das ist der Lüge, Junge. So. Aber auf jeden Fall. Jetzt wirft er mich mit dem Basketball ab. Oh. Aber, ich bin weg. Mach mir den Jenga kaputt. Aha. So, aber mate. Tschüss. Ah, 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 ah. Frank-Colab. Warte. Du kannst dein eigenes Auto machen. Ist mir noch nicht... Ist noch nicht meine Ehre. Frank-Colab. Was? Ja, du machst dein eigenes. Tschüss. Alles. Frank-Colab. Wir sprechen uns doch bestimmt eh gleich in 5 Minuten. Tschüss. Also. Stimmt doch. Das ist ein Argument, ja. Also. Also. Bis gleich. Okay. Tschüss. Gut war alles. Bis gleich. War eine Ehre. Mit ihnen zu... mit ihnen Geister zu jagen. Ja. Das heißt jagen. Wir haben nur geguckt, ob welche da sind. Ja, aber gut... Goodbye. Easy. So. Basically. Ja. Pasmo mit Mr. Pommes King. Er ist aktiv auf YouTube. Er ist aktiv auf YouTube. Nicht auf Twitch. Keine Ahnung, wo ich ihn verlinken kann. Könnt ihr mal nachgucken. Wenn es euch gefallen hat. Weiß nicht. Kann man... Likes gibt es ja auf Twitch glaube ich nicht. Einfach followen. Muss mal gucken, wie es mit Streamen aussieht. Aber... Anyway. Danke fürs Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. Bye.